Hallo zusammen an alle zu einem heute mal anderen Video. Ich hatte das Glück, kurzfristig Karten für das Taylor Swift Konzert zu kriegen von der Investmentplattform und dem Crypto Broker Bitpanda und habe euch ein paar Impressionen von der Location und natürlich auch vom Konzert mitgebracht. Und hiermit begrüße ich auch alle Swifties auf meinem Kanal, die sich das Video vielleicht anschauen, um zu sehen, was da in Gelsenkirchen los war. Gelsenkirchen wurde umbenannt, wie wir hier sehen können, natürlich in Zwiftkirchen. Einige Schilder sind angebracht worden und gerade rund ums Stadion, da war einiges los. Hier sieht man schon auf dem Vorplatz von der Fältins Arena, dass da schon sich einige versammelt hatten. Ja, und auch der offizielle Merchandise-Shop war natürlich ziemlich belagert. Lange Schlangen haben sich davor gebildet. Und natürlich durfte auch das passende Outfit nicht fehlen. Also es waren viele Swifties in Sachen da zu den verschiedenen Areas und hat es wirklich gut gemacht. Die Armbänder zum Tauschen fehlten natürlich auch nicht. Ich habe sogar auch eins bekommen mit Karma drauf. Und ja, bevor ich jetzt aber zu viel erzähle, schauen wir uns natürlich auch bewegte Bilder an. Viel Spaß jetzt bei den Videos. Ja, hallo an die Community. Ich bin hier an der Fältins Arena auf Schalke. Heute Taylor Swift in der Halle gleich drin. Hier ist schon richtig was los. Die ganzen Swifties laufen schon hier rum. Und ja, ich bin heute von Bitpanda eingeladen in der Loge. Und es sind auch ein paar Leute eben von Bitpanda da. Ein paar VIPs sind auf jeden Fall mit dabei. Und wir schauen gleich mal, wer so alles da ist. Und ich werde auch ein paar Impressionen, ein paar Fotos aus der Loge für euch machen. Und dann melde ich mich gleich aus der Halle. So, hier sind wir in der Bitpanda Lounge. In der Bitpanda Loge. Alles super aufbereitet hier. Und extra von Bitpanda gemietet für zwei Tage. Klein, fein gehalten. Wir werden gleich die Leute auch eintreffen. Mal einen Blick nach draußen. Da sind schon die ganzen Swifties auf den Stehplätzen. Und ganz vorne waren die Early Entrance, die reinkommen. Taylor Swift auch schon, wer auf dem Bildschirm. Und ja, hier sind gleich die Sitze extra für die Loge. Und ja, ich denke mal, es wird ein schönes Konzert werden. Und danke nochmal an Bitpanda, dass Bitpanda das möglich gemacht hat. Und gleich gibt es noch ein paar Impressionen dann vom Konzert selber. und glücklich mit dem Kanal des Freios. Wir sind schön mit der Tour derregistreado. Wir sind schön mit dem Mal die Verkaufel, Und das ist sehr schön mit dem Ball-K Singen. Und dann kam die TBO-TBO-TBO-TBO-TBO-TBO. wouldbteen. Das ist schön mit ihnen am ambition. It's been a long time ago It's been a long time ago It's been a long time ago It's been a long time coming It's been a long time coming It's been a long time ago It's been a long time ago It's been a long time ago It's been a long time coming It's been a long time ago 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 Ich bin ein langer Tag, ich bin ein langer Tag, ich bin ein langer Tag. Ich bin ein langer Tag, ich bin ein langer Tag. Ich bin ein langer Tag, ich bin ein langer Tag. Ich bin ein langer Tag, ich bin ein langer Tag. Ich bin ein langer Tag, ich bin ein langer Tag. Ich bin ein langer Tag, ich bin ein langer Tag. Ich bin ein langer Tag, ich bin ein langer Tag. Ich bin ein langer Tag. Ich bin ein langer Tag.